Letzte Woche haben wir schon viel angekündigt, viel gesagt zu Secret Lair Drops. Wir hatten die große Oktober-Summer Drop und wir hatten es teilweise im Podcast noch eine News, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, die, glaube ich, kurz nach der Aufnahme released wurde und du wusstest schon vorher Bescheid. Und darüber hinaus kamen aber noch sehr viel weitere News, die wir jetzt mal so ein bisschen durchklappern und so ein bisschen zusammengefasst haben. Zum einen, wir haben ja die Stranger Things Secret Lair bekommen, die erste Secret Lair, die in sechs Monaten in der Liste reprintet wird in einer Magic-Version. Und zuerst war die Ankündigung so, hey, das können wir mit The Walking Dead nicht machen, weil wir haben uns erst dazu entschlossen, nachdem The Walking Dead bereits released ist. Aber jetzt kleines Update, es werden The Walking Dead Magic-Versionen kommen. Das heißt, irgendwann in Zukunft, das muss noch angekündigt werden, werdet ihr die verschiedenen Charaktere von The Walking Dead in einer Magic-Variante, aber trotzdem mit demselben Rules-Tags, mit demselben Charaktertyp und alles, was auf der Karte steht, was spielerisch relevant ist, in einer Magic-Variante sehen. Aber ist es dann nicht mehr Rick, sondern irgendwie, keine Ahnung, Odd-Rick oder so. Ja, wie, gibt es denn Karten, die dich aus der Secret Lair sehr interessieren, wo du denkst, ach, endlich kriege ich meine Finger dran? Tatsächlich, erstens natürlich Rick, war für Humans sehr, sehr, sehr cool. Und so ein Humans-Tag zu spielen, ist immer noch so ein kleines Träumchen von mir. Ähm, und dazu kommt natürlich, äh, ja, es gibt, äh, wie heißt der? Negan. Negan? Negan, der einfach als Charakter meiner Meinung nach total unten durch ist. Und, ähm, ja, aber als Commander-Karte bestimmt ein sehr, sehr cooles Commander-Deck abgibt. Dementsprechend, ja, auch wenn ich wenig Commander spiele, solche Sachen bleiben halt hängen, dass halt coole Commander da rumkommen. Das ist halt wirklich so eine Sache. Wir hatten, oder ich hatte es damals, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich gerade bei Negan so am stärksten das Gefühl habe, dass es mechanische Einzigartigkeit hier am besten umgesetzt war. Also, das ist auch, glaube ich, jetzt, wo wir auch Stranger Things gesehen haben, so die eine Karte, wo ich sagen würde, boah, darum würde ich echt gerne mal ein Commander-Deck bauen, weil es halt so eine einzigartige Fähigkeit irgendwie ist. Aber halt auch allgemein, also, ähm, ich freue mich über jede Karte, die rohe Synergien haben. Ich hab letztens auch gelernt, dass bei der Stranger Things Secret Lair jetzt die erste Commander-Paarung drin ist, die man mit Loris spielen könnte, wo du dann zwei Partner-Commander hast und Loris als Companion. Was ich auch dachte, okay, krass, und das ist halt auch cool, wenn du dir nicht die Secret Lair kaufen willst und dann mit den Kindern aus Stranger Things spielen willst, sondern halt Magic-Charaktere haben willst. Das ist quasi einfach nur eine Frage der Zeit und in der, ähm, ja, Reputation als Erinnerung, die wird ja in jedem, jede zweite The-List-Karte, die ihr im Set-Booster öffnet, also jedes achte Booster quasi, wird ein Reprint sein, sobald sie denn im Umlauf sind von Secret Lair-Drop-Karten. Also, es ist damit zu rechnen, dass sie tatsächlich in hoher Quantität auf den Markt kommen. Und, ähm, ist jetzt, würdest du sagen, das Thema Universe Beyond Secret Lair ist damit jetzt gegessen? Oder glaubst du, es sind immer noch problematische Sachen, die da mit sich mitkommen? Ich glaube, sie machen alles richtig, wenn sie das weitermachen. Ja. Ähm, natürlich müssen wir jetzt noch schauen, wie das ist mit The List, äh, wie weit das entwickelt wird, wie sich das weiterentwickelt, ob jetzt wirklich jedes achte Booster eine Karte aus dem Secret Lair drin hat oder jede achte Listen-Slot, also nur jedes zweite Display eine Karte ist oder, 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 also wie genau das jetzt, ähm, sich ausspielt, müssen wir natürlich noch sehen. Und, ähm, die Möglichkeit, dass wir jetzt anders an diese Karten rankommen, ist einfach godlike und es ist eine Sache, wo ich einfach mich vorstelle und sage, danke, Ubersatz. Ja, definitiv. Weil, das ist etwas, sie haben auf die Spieler gehört, sie haben auf die Community gehört, sie haben gemerkt, oh, we fucked up. Und, äh, ja, jetzt machen sie es richtig und, äh, auch wenn es nachher ist, auch wenn sie jetzt nicht sagen, ja, es tut uns leid, wir haben Fehler gemacht, Fehler zugeben ist egal, weil Taten sagen mehr als Worte. Und das ist hierbei wirklich der Fall. Genau, und vor allen Dingen ist es halt, äh, ne, besser, besser spät als nie, äh, irgendwie so einen Fehler beheben. Und manchmal ist es dann doch ganz gut, auf die Community zu hören, weil ich glaube, als wir ganz am Anfang The Walking Dead besprochen hatten, war es halt auch wirklich so ein Ding, wo wir gesagt haben, hey, ihr hattet grad Godzilla, ihr habt quasi diese Skin-Variante, jetzt habt ihr halt neue Karten, macht das doch einfach umgekehrt und jetzt machen sie es im Endeffekt. Also, ich bin noch sehr gespannt, wie dann die Karten aussehen werden, ob sie quasi bekannte Magic Creatures dann sein werden, die sie dann da reinholen, ähm, oder ob sie quasi sich neue Sachen überlegen, die dann so eine, äh, äh, ja, Odee an die, an die Originalkarten irgendwie ist, äh, werden wir mal sehen. Ähm, wir haben allerdings noch ein weiteres Update, und zwar wieder zu Stranger Things Secret Lair. Äh, bei jeder, äh, bei jeder Secret Lair ist ja auch eine Bonuskarte mit dabei. Und die ist bei diesen, äh, Universes Beyond Karten auch immer eine spezielle Karte. Das heißt, eine, jetzt nicht diese, diese, ähm, diese Planeswalker im Glaslook, wie es halt sehr, sehr lange Zeit letztes Jahr, glaube ich, war, sondern, ähm, hier eine komplett einzigartige neue Karte. Und die wollen wir mal kurz präsentieren, weil wir sie beim letzten Mal nicht genannt haben. Und das ist nämlich das Hawkins National Laboratory. Ähm, da weiß ich sogar noch, das war ein großer Part von der ersten Staffel, dieses Gebäude. Ähm, es ist eine Flip-Legendary Land, äh, mit dem Text Tap, äh, to add one colorless mana. Für vier Mana kann man's tappen und Investigate, also ein Clue-Token, äh, kreieren. Und darüber hinaus noch, at the beginning of your endstep, if you sacrifice three or more clues this turn, transform Hawkins National Laboratory. Äh, äh, Library, äh, Laboratory. Und auf der anderen Seite ist es dann The Upside Down, äh, ein Legendary Land nach wie vor, mit dem Text When this land transforms, Into the Upside Down, Return Target Creature Card from your graveyard to the battlefield. When, äh, the creature put onto the, onto the battlefield with the upside down, leaves the battlefield, transform the upside down. Und dann tappen, pay one life, add one black mana. Äh, ich, ich find's eine sehr interessante Art, weil's, also ich finde, lustigerweise ist diese Bonuskarte, ich glaube, die am besten übersetzte Variante von der Stranger Things Secret Lair. Ja, also ich find's so cool mit diesen Clues, weil sie auch in der Serie immer weiter quasi Hinweise sammeln und dann irgendwann in diesem Upside Down landen, ähm, und im Upside Down ja auch gejagt werden von einem Monster, was dann eben das, äh, reanimated Creature ist aus dem, äh, von Upside Down aus dem Regeltext. Und wenn die wieder verschwunden ist, geht alles wieder back to normal und der Cycle beginnt wieder. Ähm, ja, wie find's du die Karte? Bist du, äh, denkst du auch, dass es eine sehr gute Umsetzung ist und würdest du's spielen? Umsetzung kann ich nicht sagen. Stimmt. Aber, ähm, ich find die Karte an sich ganz cool, ich glaube, man kann die mit ihr sehr coole Sachen machen und, ähm, ich find sie cool genug, um sie zu spielen und, ähm, das ist ja eigentlich alles, was, was zählt. Was ich mich nur gefragt habe, ist das offiziell Teil des Secret Layers und wird diese Karte auch wirklich in die Liste kommen? Das ist halt das Ding, ich glaube, also, es ist halt diese, diese Bonuskarte, bei, bei The Walking Dead war es ja der, der Schläger von Nien. Genau, Lucille. Und, ähm, hier ist das halt, dieser Slot wird halt eingenommen von dieser Karte. Ich glaub, das wird dann auch wieder in so einer extra eingepackten Verpackung sein, die dann unten quasi unter der Secret Layers, wenn man sie auspackt, quasi drunter klebt. Und da wird dann wahrscheinlich diese Karte drin sein, nehm ich mal an. Genau. Das ist hierbei nochmal eine Nummer witziger, weil es ja unter den anderen Karten klebt. Stimmt, ja. Das ist, es ist wirklich nochmal eine Nummer witziger, aber die Frage ist wirklich, wird es Lucille als Listkarte geben? Das glaube ich, weil ich, das wäre halt sowas, was sie behalten könnten. Sie könnten halt sagen, okay, wir machen erstmal noch nicht die Karten, die drunter sind und machen nur die normalen Charakter da rein. Was ja schon, ja, ein guter Hinweis. Wie gesagt, das wissen wir noch nicht, es wird interessant werden. Ich find's einfach sich cool, dass es diese Karte drunter gibt, klar? Und dass sie sie jetzt nicht irgendwie in random, keine Ahnung, Zinnik oder Bolas drunter oder so. Ja, genau. Klar, also ich würd, also ich wär auf jeden Fall dafür, dass alle Karten, die irgendwie einzigartig rausgekommen sind, einfach nochmal ein Reprint bekommen, einfach aus Availability-Sachen. Aber gerade, dass die Upside-Down als Karte natürlich unter den anderen Karten sind, ist natürlich super witzig. Ähm, aber das ist noch nicht alles. Wir haben noch eine weitere Secret-Layer-News, die wir beim letzten Mal, ähm, hast du sie noch in letzter Minute quasi reingeworfen. Wir wollen noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, denn es ist meiner Meinung nach die spannendste Secret-Layer, die wir besprochen haben bisher. Und zwar Secret-Layer Extra-Live 2021, äh, die große Charity-Secret-Layer, die jedes Jahr zum Extra-Live-Event von Wizards of the Coast mit dazukommt, wo sie dann, ähm, ja, einen gewissen Teil von den Einnahmen quasi spenden. In diesem Fall sind es 50 Prozent von allen Einnahmen, die sie mit Extra-Live 2021 machen. Und, äh, dort wird quasi immer gespendet für ein, ähm, ja, für ein Kinder-Hospital-Netzwerk in, äh, Amerika, beziehungsweise, glaube ich, auch sogar weltweit. Und, ähm, diesmal haben sie sich was sehr Cooles überlegt. Ähm, willst du gerade mal erklären, was quasi, was da das Besondere diesmal ist? Ja, also genau. Erstmal muss ich natürlich noch mal, äh, an letztem Podcast sagen, äh, danke an Domo, der mir das praktisch reingeworfen hat durch die Regie. Absolut. Ähm, das wäre sehr, sehr cool. Ähm, ja, und zwar sind sie hingegangen und haben einen Secret-Layer-Drop gemacht, wo sie hingegangen sind und Kinder Karten haben zeichnen lassen. Bedeutet, sie haben Kindern, sie haben gesagt, hier, das ist die Karte, mal die mal. Nein, sie haben sie nachgemalt und aus diesen Zeichnungen der kleinen Kinder wurde dann eben von erwachsenen Künstlern, äh, oder älteren Personen wieder eine Karte gezeichnet. Ja. Und das Interessante, was ich dabei einfach finde, ist, dass sie einfach jetzt nicht gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nur die Karten von den Künstlern oder nur die Karten von den Kindern. Nein, nein, ihr kriegt beides. Das heißt, ihr kriegt eine von, ich glaub, es sind fast alle fünf oder sechs Jahre alt, die die gezeichnet haben. Ja. Einmal so eine Version, so eine kindergezeichnete Version, die teilweise halt, ist nicht meins, aber deswegen dann, weil ich damit nicht anfangen kann. Aber es gibt Leute da draußen, ich hab schon mit Leuten geredet, die sagten, boah, wie cool ist das denn? Und dann auf der anderen Seite halt eben diese daraus gezeichneten Sachen, die super strange aussehen und super abstrakt aussehen und auch irgendwie cool sind. Ja. Und, äh, ja, da haben wir sogar sehr, sehr starke Karten drin, meine Meinung nach. Absolut. Also, ähm, übrigens dann auch unten im Artist Credit steht dann auch, ähm, zum Beispiel Alina, äh, age five and a half, äh, also fünfeinhalb. Äh, und dann die erwachsene Version, das sind halt dann bekannte Magic-Artists, äh, zum Beispiel der Muldrifter von, äh, Alina, wurde interpretiert von Magali, äh, wie Len Niove. Äh, und da steht dann auch ganz süß hinter, äh, age forty-one. So hast du dann quasi eine, eine Variante von einer Fünfjährigen und einer von einer 40-Jährigen gezeichnet. Und das ist halt schon, ich find das super cute. Äh, und die Kartenauswahl ist tatsächlich value-mäßig sogar interessant, denn wir haben, äh, eben schon erwähnt, einen Muldrifter, ähm, zum Beispiel zwei Muldrifter. Einmal in der Kinder-Artwork und einmal in der regulären Artwork oder interpretierten Artwork, äh, und dann noch Metalwork Colossus, ebenfalls Kinder-Artwork und regulärem oder interpretierten Artwork. Und dann der große Brecher, Crater Hoof Behemoth, ähm, einmal auch eben im Kinder-Artwork und im interpretierten Artwork. Und das ist, glaub ich, der, äh, der den Wert so vorantreibt. Die ganze Secret-Lair-Drop, genau, der, die Secret-Lair-Drop wird ein Non-Foil 54,99 und ein Traditional-Foil 54,99, ähm, kosten. Also, es ist ein bisschen teurer als die bisherigen Secret-Lair, aber es ist für einen guten Zweck, ähm, und man kriegt halt eben zwei Crater Hoof Behemoth. Also, das ist, glaub ich. Genau, also, ähm, da muss man sagen, es gibt, äh, einen YouTuber-Kollegen von uns, der sich gut mit Finanzen auskennt. Ja, liebe Grüße. Der das Ding auch schon komplett auseinandergenommen hat und auch schon gesagt hat, hier, was, was wert ist und was nicht, weil er es ja immer macht. Und er das als Sonderedition, als Sondervideo drangehängt hat, was ich sehr, sehr cool finde. Und jetzt mal vom finanziellen Aspekt abgesehen, die letztes Mal hat das Ding 60 Euro kostet und es wurden 30 Euro gespendet. Mhm. Jetzt wird alles gespendet, wenn ich's richtig gelesen hab. Äh, 50 Prozent der Einnahmen. Okay, 50 Prozent. Das heißt, von 40 beziehungsweise 45 sind es so 20 bis 25 Euro. Ja, so ungefähr, ja. Findest du was fairer, als wenn man einfach den Preis verdoppelt und sagt, wir spenden die Hälfte? Also, ich muss sagen, ich find's, so fühlt es sich mehr danach an, dass sie die, dass sie einen Großteil zumindest tatsächlich in die Produktion stecken. Denn es ist im Vergleich zu vielen anderen Secret-Layer-Jobs, die in der Oktober-Super-Drop waren, sind es sechs Karten, was mehr ist als, normalerweise sind wir so im Durchschnitt bei vier bis fünf. Und hier sind's halt jetzt wirklich eine Karte mehr, das ist schon mal ganz nice. Der Value ist irgendwo da und gibt das halt auch eben her. Ja, und wir wissen ja auch, dass sich Wizards of the Coast an dem sekundären Marktpreis irgendwo orientiert, auch wenn sie's offiziell nie sagen. Was? Und halt eben, ich drück da immer so ein bisschen Auge zu, wenn's auch ein teurerer Preis ist, weil es ist wirklich für einen guten Zweck. Und es ist wirklich, klar, man könnte jetzt auch unterstellen, okay, genau das nutzen sie, um noch mehr Geld rauszupressen. Aber Real Talk, Wizards of the Coast, macht schon genug Geld, macht euch keine Sorgen. Also, ähm, das ist, glaub ich, kein großes Thema. Und ich glaub halt wirklich, das ist so eine Produktionsgeschichte, beziehungsweise sie wollen eine nennenswerte Marge auch wirklich abgeben können nach der Secret-Layer-Job. Und dementsprechend haben sie den Preis hier ein bisschen hochgeschraubt. Ähm, und ja, also ich, ich find's eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, äh, und das wär quasi eine Frage, die ich an dich, äh, stellen würde, dass immer so diese Charity-Secret-Layers so ein bisschen untergehen zwischen den großen Announcements, also auch wenn du auf die Magic-The-Gathering-Webseite gehst, da wird natürlich erstmal Crimson Wow beworben, klar, ne, aber dann auch eben auf der Secret-Layer-Seite. Oktober super Secret-Layer. Und du findest eigentlich gar nicht, wenn du nicht in die Artikel reingehst, ähm, dass das grad so ein Charity-Event übrigens ist, und das find ich halt wirklich fragwürdig. Genau ähnlich hatten wir's schon bei Black is Magic, was ja auch so ein, ähm, ne Charity unterstützt hat, ähm, und wirklich äußerst cool war, fast auch wieder das Beste seiner Zeit damals, was Secret-Layer-mäßig abgeht. Findest du, Wizards of the Coast schneidet sich da so ein bisschen ins eigene Fleisch, oder targeten sie damit sowieso die, die, äh, also uns, die dann in die Artikel reingehen oder auf Reddit und Twitter, äh, quasi recherchieren? Also, ich glaube, sie, sie schneiden sich da ein bisschen ins Fleisch. Aktuell würde ich davon ausgehen, dass es mehrere Secret-Layer-Teams gibt. Mhm. Ähm, alleine der Value, den diese, diese Marge mittlerweile nach anderthalb Jahren abwirft, muss ich halt sagen, ist wahrscheinlich auch genug, ähm, um ein eigenes Team zu kreieren. Ja. Ähm, aber da glaube ich, dass diese einzelnen Teams eben da Sachen dann kreieren. Das eine ist vielleicht für Feiertage da, wo eben sowas wie der Mother's Day bei rumkommt, äh, International Women's Day. Ja, genau. Black is Magic, ähm, oder eben auch, äh, das Charity-Event letztes Jahr, Charity-Event dieses Jahr, wie gesagt, auch das International Women's Day war ja auch ein Charity. Mhm. Das wusste halt nur so gut wie niemand. Und ich glaube, da ist es so, dass dieses Team aktuell ein bisschen untergeht, weil das andere Team wie ein Maschinengewehr am Feuern ist. Mhm. Absolut. Und, ähm, dementsprechend diese wirklichen Charity-Sachen nicht wirklich gemacht werden, weil es auch nicht groß genug auf der Box draufsteht, meiner Meinung nach. Ja. Man müsste einfach hingehen, müsste dann bei diesen Charity-Events ein großes Logo drauf machen, oder so ein Danke, dass du uns unterstützt, bam. Ja. Ähm, fertig. Das würde alleine schon für genug Aufmerksamkeit sorgen, wenn man es auf Facebook, Instagram, Twitter oder sonst wo verteilt. Mhm. Und, und, ja, ich glaube, dass es da wirklich ein bisschen Nachholbedarf ist, leider. Grundsätzlich muss ich aber sagen, hört damit nicht auf. Auf keinen Fall. Nee, nee, auf keinen Fall. Also, das sind Sachen, diese Charity-Sachen, auch wenn sie manchmal ein bisschen teurer sind oder meistens ein bisschen teurer sind. Sie haben einen guten Zweck. Und, ähm, ich bin jetzt nicht der Typ, der saufenweise Leer kauft. Ich weiß, ich mache eine Menge bei mir am Channel auf. Ähm, die kaufe ich aber nicht. Ja. Aber bei sowas bin ich immer wieder in Versuchung. Absolut, ey. Und wenn man sich die Sachen anguckt, viele andere Leute auch. Ja. Äh, wie, war das auch die vom letzten Jahr mit dem, äh, ach nee, das war Children's Day, glaube ich, mit Teferis Protection und so? Und Collective Company? Nee, nee, das war schon, das war das mit diesem Extra Live. War das auch Extra Live letztes Jahr? Genau, Teferis Protection. Weil da weiß ich mir, da hat es mir richtig in den Fingern gejuckt, ob ich mir das kaufen soll oder nicht. Weil ich dachte, zum einen sind wirklich spielstarke Karten, also so Collective Company wird gespielt, Teferis Protection wird gespielt und so weiter. Ähm, Teferi. Teferi natürlich so. Und da war ich wirklich am überlegen, und ist es für eine gute Sache? Ah, soll ich? Und hier jetzt genau dasselbe. Also, ein Crater of Behemoth ist halt so eine Karte, wo ich denke, eigentlich bräuchst du wirklich ein paar in der Sammlung einfach nur, weil das so der Finisher ist für viele Elfen und Token-Decks. Commander, vor allem Commander. Es ist egal, was für ein Deck du hast, wenn du grün Commander spielst, brauchst du einen grader Hochbeam auf. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt leider wirklich so. Genau, also auch da haben wir wieder quasi den Link zu dem Artikel und auch zu dem Shop, wo ihr die bestellen könnt, haben wir verlinkt in der Videobeschreibung nochmal separat, denn Wizards of the Coast macht es nicht. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Vielen Dank.